Kann eine hinterbliebenen Rente aus einem Versorgungswerk auf eine eigene Altersrente angerechnet werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ganz klar, nein. Eine hinterbliebenen Rente aus dem Versorgungswerk oder aus einer Betriebsrente kann grundsätzlich nicht auf die eigene Altersrente angerechnet werden. Das ist der Unterschied zur Anrechnung, zur möglichen Anrechnung bei einer hinterbliebenen Rente auf die Witwenrente. Das Gesetz in § 34 SGB VI sagt ganz klar, als Hinzuverdienst an eine Altersrente gelten grundsätzlich nur das Arbeitseinkommen, das Arbeitsentgelt und vergleichbare Einkommen. So, Rentenleistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung, auch eine eigene oder abgeleitete Rentenansprüche aus hinterbliebenen Rentenversorgungen sind generell kein Hinzuverdienst nach § 34 SGB VI. Somit findet keine Anrechnung einer Witwenrente aus dem Versorgungswerk des Verstorbenen auf die eigene Altersrente statt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel